Nein, nicht da runterspringen, du dumme Ochse. Oh, fuck. Nein, 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 ich brauch dich hier. Nein, 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 nein. Scheiße. Scheiße. Fuck. Fuck. Wo bin ich denn jetzt? Nein. Warte mal, ich muss auf jeden Fall einfach nach oben springen. Dann hilft das auf jeden Fall schon ungemein. Hm. 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 Oh, Mann. Das ist aber nicht mehr normal. Scheißdreck, ey. So. Wo komm ich denn jetzt? Oh, nein. Oh. Oh nein. er sei wieder da ist er wieder aber ich glaube ich habe jetzt eine idee wie ich den doch hochjagen so jetzt muss ich den irgendwie rüberlocken dass der hier ein springt warum warum springt er denn nicht das ist also leute jetzt mal ernsthaft das ist doch so ein komisches nein jetzt habe ich den geklärt einmal tief durchatmen luft holen krönchen wieder aufsetzen weiter geht na ja schon bocklob ich bin auch schon bei klopp ich bin auch schon bei klopp ich bin auch schon bei klopp ich bin mir spricht in der daher warum tue ich das ich brauchte heute auch bin ich muss doch nur einmal ab stück nur ein einziges mal das ist echt für idioten hier lebensmüde menschen nein das nicht richtig ach hier ist auch noch mal so ein dingeln da kann ich drauf springen oder was es jetzt ernsthaft oder was ernsthaft jetzt ernsthaft jetzt was ist das denn jetzt warum ich denn ist denn vorher nicht gesehen ich habe euch das viel ja gar nicht dann kann auch nicht so hoch springen oh nee blöd 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 ich muss meinen überblick über die lage verschaffen ich muss meinen überblick über die lage verschaffen er kommt schon hier rein äh wo kommen denn plötzlich die dinge da her jetzt muss ich hier oben dran nein oh komm nur ernsthaft jetzt ernsthaft jetzt ja super dass man natürlich auch nicht sieht wo man da jetzt lang muss das gibt es doch alles nicht das gibt es doch alles nicht wie komme ich denn da jetzt wieder weg ich habe doch jetzt ein ganz bisschen nicht gemacht nur um jetzt hier zu stehen wir sind und nie so ein grund haben dass diese blumen da rauskommt ich verarschen doch wie ein tieferen sinn glaube ich zumindest wird häng ich denn da oben rum ja ein salz mit nix aber wohl nix Spiel gespeichert Ja, aber jetzt mal Ach, da ist doch wieder irgendwas passiert Ich muss schon wieder zurück Irgendwo hat sie gedonnert Ich speichere das mal Da komm ich doch her Oh je, Mini Was ist denn da? Wie soll ich das denn machen? Alter Was ist das denn? Oh, wie soll das denn gehen? Oh je, scheiße Okay Ja, wie komm ich denn da jetzt wieder raus? Das kann doch gar nicht funktionieren Die geht doch gar nicht Die sind ja alle drei dicht Keine gute Idee Nee Alter 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 ... 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